Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play 4.3. Beim letzten Mal haben wir uns weiterhin vor Ort vorgearbeitet, durch die Massen von Soldaten und Monstern. Weil ich vor allem auch gerade nicht hier irgendwie ein episches Szenario zu installieren oder so hat. Ich werde mir gleich sowieso wieder in die Hose kacken. Ich werde nochmal vom letzten Speicherpunkt neu laden. Weil mein Laptop sich einfach mal direkt nach der letzten Aufnahme verabschiedet hat. Aber naja. Okay. Ich hoffe, das ist jetzt mein Leck freier. Bitte darum. Okay. Das ist jetzt wo? Ah, okay. Okay. Bestimmt, das habe ich ja vergessen. Seelenband. Kann man noch nachladen? Ähm. Ich muss mal kurz einen kleinen Schnitt machen. Okay, das ging gerade gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wieso sich plötzlich mal... Jetzt werde ich auch noch ins Skype eingeschrieben. Okay, diese Aufnahme ist scheiße geworden. Ähm. Kleiner Schnitt nochmal. Lalalalala. Lalalala. No Commentary. Die. Und dieses Krizzeln geht mir auf die Nerven. Und ich kann nicht rennen. Na, das ist toll. Huda. Bild runtergefallen? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es ja mal in die Kommentare schreiben, was da drunter gefallen ist. Ah. Ich hate you. Okay, in die Szene kann ich mich noch erinnern. Ich kann auch wieder rennen. Ich glaube, hier kommt gleich wieder diese blöde Teddy-Szene. Oh ne, nicht wieder die Szene. Hier war auch irgendwas in diesem Raum. Hier war auch was drinnen. Mann. Ich muss jetzt nochmal einziehen. Da passiert doch gleich was. Ach. 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 Okay. Okay. Ja, nachgeladen hab ich So, du Arschloch-Zombie Ich weiß, hier kommt gleich noch jemand Und jetzt mach ich mich so erschrocken Komm her, Arschloch Ich weiß, du willst mein Fleisch Aber ich hol mir deins Ich hab doch gerade, ich hol mir deins Wo kommt der überhaupt her? Hier, Rauch Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann Hallo Hallo Hab ich jemanden aufgeschreckt? Nee Da unten jemand Oh, was ist das? Haha Unbesiegbar Ist mir das aber auch nicht irgendwie leichter für mich Ah, hallo Oh, warum machst du so viel Schaden? Jetzt sollte ich mal einen auf Q machen, ey Du versteckst dich in deine Müllecke, ey Und meine Schule wegräumen Und schwupp Haha, fick dich Arschloch Äh, ja, okay Ja, okay Okay Okay, okay, alles wird gut, Kala Alles wird gut Nur die Ruhe Sind noch ein paar Zorn Alle Monster Ihr seid tot, okay Bitte lasse jeden, alle tot Bitte lasse jeden tot sein Dankeschön Vielen herzlichen Dank Nein, da sind doch sicher welche Ich wusste es doch Sehr schocker Na, das wollte ich eigentlich nur Bäm Mir gehen gerade die Granaten aus Sind nicht irgendwo Munitionen drin, dann Irgendwohin im Kühlschrank oder so Bis hier ist Amerika oder so Hallo, na Oh, das so Komm, ich schieße dir die Nüsse weg Hallo, noch jemand da Hallo, noch jemand da What the fuck Und hat der Okay Na klar, nicht durch die Haustür Los, nicht durch die Haustür Das wird nirgends weiter Das wird nirgends weiter Was macht das Blut da auch immer an der Decke Hallo Okay, da geht es nicht durch Das ist auch zu Gott, wie bin ich denn hier weitergekommen Okay, da geht es auch nicht lang Ich muss doch nicht wieder nach oben Oh nö Ich werde mal kurz einen Schnitt machen Gucken, wie ich den eigentlich schon aufnehme Ach so, ich glaube, das sollte jetzt Ich gehabt haben Okay, ich gebe zu Ich war gerade nur kurz Meine Buchse wechseln Oder sowas Kann ich eigentlich Naja, das geht nicht Fuck Fuck Ähm Äh, scheiße Äh Ich komme hier nicht mehr raus Kacke Nein, ich komme hier nicht mehr raus Oh, kackte Scheiße Wie komme ich jetzt hier raus Oh, scheiße, nein Fuck Kackt Äh, ah Ich habe hier den richtigen Knopf gedrückt Oh mein G Not Not Nein Bitte nicht Hey einmal Jetzt habe ich dich auch endlich mal gesehen War hier nicht die Puppe drin? Nö Was ist hier drin? Na Und Munition Was ist hier drin? Nö Oh Gott, ich werde jetzt mal die ganzen Momente wissen Wo was passiert Aber trotzdem werde ich mir immer Hose machen Lieb mir Laun Ach, Schlauch Eimer Papa? Nein, kein Eimer Papa Hier, hier, komm Schleich nicht Ein bisschen schneller schon Du schrankst auf I hate you Ja, ich hasse dich auch Ja, ich hasse dich auch Oh, meine Fresse, ey Ja, da ist noch einer drinnen Ich weiß Hallo Ja Da war Alma, glaube ich Ich habe es jetzt nicht richtig gesehen Oh, was soll's Hallo Ähm Hosea 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 Hultala Du auch Auch du Brutus Now you don't Hab ich dich erwischt? Keine Ahnung, warum ich dich nicht erwischt habe Und Noch einmal Jetzt sie ist gerade ein bisschen lächerlich, aber nur jetzt selbst zu überlegen Psychisch Physisch Hosea Ja Ja Mach's weg, bitte Danke schön Hosea 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 Ja Dankeschön Hosea 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 Vielen Dank.